ja hallo zusammen ich begrüße euch zu einer neuen folge von open tx beziehungsweise htx weekly und diesmal möchte ich euch ein preview zeigen auf die ja jetzt bald folgende version 2.8 von htx und das besondere daran ist oder eine der besonderheiten daran ist dass sich das user face nicht funktional geändert hat aber doch im layout und in der intern benutzten technik die intern benutzte technik interessiert den anwender eigentlich nicht aber an der stelle nur mal kurz zur information man hat dort jetzt umgestellt auf eine grafik bibliothek also auf ein software bibliothek die diese grafische anzeige hier auf dem touch display ermöglicht die nicht selbst aus dem htx projekt dann entstammt sondern praktisch eine third party implementierung ist das reduziert natürlich den eigenen pflegeaufwand macht das ganze so die hoffnung also damit kann sich der aufwand sozusagen auf andere dinge im projekt htx natürlich konzentrieren so dass also mehr entwicklungsleistung dann für die eigentliche für das eigentliche betriebssystem übrig bleibt aber also gut das würde man nach außen noch gar nicht sehen aber mit diesem umstieg sind einige änderungen eingezogen und die sind nicht dramatisch ich finde sie sogar ganz gut weil es einfach ja wenn man so dicke finger hat wie ich dann ist es ganz gut wenn bestimmte bedientelemente besser zu erreichen sind fangen wir mal zunächst an ein touch auf den touchscreen wir sehen also hier die auswahl diese rotations box ist weggefallen wir haben also jetzt hier den vollen den ganzen platz oder ziemlich viel von lcd genutzt um dieses menü dann dort direkt anzubieten finde ich besser wird besser ausgenutzt man muss da nicht hin und her wischen gehen wir mal auf die radio settings und da auf die info da ist ja die ganz normale info box ihr seht hier ich habe jetzt hier also praktisch die 2.8.0 bin strich wm weil da noch meine eigenen veränderungen dann drin sind das betrifft vor allen dingen die möglichkeit crossfire sum d oder ibus über das lehrer schüler system dann einzuspeisen ihr kennt das von beim senderpult da wird das benötigt oder auch free skyd protokoll telemetrie input aber das nur hier am rande da soll es ja eigentlich gar nicht darum gehen wenn ihr ein nightly von dem repository von htx dort herunterladet denn steht hier dann self-build statt wm ja das erste was auffällt ist dass es hier unten sondern ganz anders aussehende schaltfläche gibt viel größer kann da drauf drücken dann kriegt man also die information zu den modulen wie sonst auch da hat sich also dann wenig geändert aber es geht um diesen button der ist einfach größer geworden und solche layout änderungen die finden sich an den verschiedensten stellen fangen wir mal an mit den radio settings das ganze ist ein bisschen aufgeräumt worden und auch ein bisschen stärker gruppiert worden es fällt also zunächst einmal auf dass die bediele in mitte größer sind also hier so ein schalter den kann ich jetzt also hier durch so eine slide bewegung dann bedienen und er ist größer ist besser zu erreichen aber auch die pop-up menüs sind ein bisschen größer also dass der raum zwischen den einzelnen menü einträgen der ist also größer geworden und eben gruppierungen beispielsweise das interne modul ist hinter so einem button jetzt gewissermaßen verborgen muss ich natürlich erst einmal einschalten jetzt hier und dann bekomme ich dort die entsprechende information angezeigt das ganze ist noch nicht so durchgängig man hätte vielleicht hier den platz auch noch ein bisschen besser nutzen können will ich mal sagen aber trotzdem sind die einzelnen bedienelemente eigentlich ganz gut angeordnet also zunächst einmal ist die funktionalität da die schönheit kommt vielleicht dann an der einen oder anderen stelle dann auch noch großer kritikpunkt war ja immer das mit den teilmann ich hatte ja auch schon öfter mal fahren wir zur verfügung gestellt mit einer reduzierten anzahl von teilmann das ist jetzt nicht mehr nötig weil das gar nicht mehr stört da hat man dann wieder so einen eigenen eine eigene seite dann für jeden timer so dass also die ganze scrollerei auf so einer seite dann doch relativ begrenzt bleibt im grunde genommen befinden sich alle einstellungen an ihren vorhergehenden positionen manchmal gut die beschriftung ist dann immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier steht zum beispiel dsc buchse ppn in out das natürlich ein bisschen missverständlich also einer deutschen übersetzung beispielsweise müssen wir da auch noch mal oder würde ich dann noch mal dran gehen für meine eigenen versionen weil das natürlich jetzt hier missverständlich ist es geht nicht nur um die dsc buchse sondern es geht natürlich auch um den seriellen eingang da müsste man also noch mal eine andere beschriftung finden es ist jetzt nicht so ganz so tragisch weil die dinge doch so in etwa an derselben stelle liegen also als alter htx open tx benutzer wird man sich da schon zurecht finden ganz anders sieht es aus bei den inputs und bei den mischern das ist jetzt ein ganz anderes design erstmal fällt auf dass wir hier die inputs mit solchen runden boxen angezeigt bekommen und wir bekommen in der tat nur die inputs angezeigt die auch so auch tatsächlich konfiguriert sind die leeren inputs die werden gar nicht angezeigt man kann die dann hier unten wie man dann leicht vermuten kann einfach hinzufügen mit dem großen button mit diesem plus hier und natürlich ein edit geht genauso jede zeile kann editiert werden auch hier der platz ein bisschen besser genutzt die einstellungen die man nicht so häufig braucht die sind dann wieder hier unter hinter einem button verborgen so dass die einträge nicht so fürchterlich überfrachtet sind wir haben also hier einen input und dieser input hat also zwei elemente das sind die früheren mischer zeilen die sind in ihrer bedeutung natürlich gleich geblieben werden jetzt hier anders grafisch ein bisschen hübscher wie ich finde dargestellt brauchen natürlich auch ein bisschen mehr platz jetzt auf dem screen so dass ja ein kritikpunkt könnte sein so dass die schnelle übersicht dabei nicht mehr so optimal ist wie für den erfahrenen anwender bei dem alten layout das selbe bild haben wir dann bei den mischern da ist genau das gleiche bei den outputs ist es im prinzip auch mit mehr platz dargestellt ansonsten ist die funktionalität auch die gleiche dann haben wir die kurven da hat sich eigentlich wenig geändert außer dass manche bedienelemente wie zum beispiel hier der radio button dass der sozusagen sein aussehen geändert hat dann wo wollte ich jetzt hin nein ich wollte zu der telemetrie gut ich habe jetzt keinen empfänger verbunden deswegen sehen wir jetzt keine sensoren aber ich wollte nur zeigen dass also die die sachen die man bisher gewohnt ist auch an der normalen stelle liegen etwas ungewöhnlich da also damit man sich da nicht zu lange die finger wund sucht ist folgendes wenn wir ein telemetrie screen einrichten ich nehme jetzt also mal dieses layout hier zwei plus eins das ist erstmal völlig egal ich mache da ein widget rein nehmen wir mal das output widgets output widget ja von mir das können wir alles so belassen dann haben wir das jetzt hier und bislang hatten wir einen doppelklick um das widget in den fullscreen modus zu bringen und das geht offensichtlich jetzt nicht mehr da muss man einfach lange drauf drücken und dann bin ich da falsch gekommen einfach lange drauf drücken und dann sind wir in dem fullscreen modus das verlassen des fullscreen modus geht wie immer dann einen leckeren tastendruck auf die return taste ja das sind so die stark sichtbaren erneuerungen was wollte ich jetzt gerade machen genau also das system menü ist natürlich jetzt auch entsprechend aufgeräumt das lässt sich ja soweit vermuten und genau wer jetzt meine version benutzt der findet hier die verschiedenen oder etwas mehr eingangs formen wie fsk d in s bus eingang das wäre standard aber ein bus eingang crossfire eingang zum die eingang das sind jetzt die erweiterungen man kann jetzt hier von dem externe seriellen bus der bei der x12 natürlich standardmäßig nicht rausgeführt ist ich habe das mit so einem magnet verbinder hier gemacht für den einsatz im senderpult da kann man jetzt beispielsweise auch getrennt noch mal die versorgungsspannung ein oder ausschalten das ist hier ein witziger effekt das ist natürlich nicht so gewollt das ist noch ein fehler ihr seht ich kann diese zeile hier zur seite rausschieben das tritt manchmal bei manchen bedienelementen ein die so ein radio button hier haben das muss natürlich noch behoben werden das ist jetzt kein großer großes bein ab aber es ist natürlich mitten in der entwicklung noch und da sind natürlich einige probleme noch zu erwarten aber das team ist mit hochdruck daran allen bugs dann entsprechend auch zu fixen gut das war mal so ein kurzer überblick über die veränderungen des user interfaces bei der neuen kommenden version 2.8 von hdx danke fürs zuschauen tschüss wir sehen uns jetzt 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 jetzt